diese waffen bringen gar nicht diese waffen sind zu scheiße oh 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 die pinke tot was ja no fucking ammunition left brauchst du diese roten waffen da hinten ist ein ganzer ständer vor ich war aussehen oben die ganze nekel ne lass mal ich nehm die nicht mehr oh pk tot Nichts leichter als das, 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 das. Was müssen wir jetzt machen? Was weiß ich? Wie sieht's aus? Das ist einfach nicht in Ordnung. Oblos zurück? Ja. Einmal nach oben, Bro. Komm schon nach oben. Oh Gott. Dude, ich hab hier was für dich. Da. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich feiere das gerade hart ab, dass die beide noch 69 Energie haben. Links und rechts. Das ist ein Doppel-Hö-Hö. Wir sollten zur mittleren Ebene. Wir sind auf der mittleren Ebene. Was geht hier ab? Ach, da ist ein Tunnel, der ist offen. Nice. Spring ich rein. Kappa. Der hat schon wieder ne Flagge. Warum haben die denn so rosa Flaggen? Weiß ich nicht. Das waren alle Marils, Chief. Gute Arbeit. Wollt ihr das hin? Ja. Endlich gut, mach mal. Ich denke... Ja, also, ganz oben. Krokettenpistole. So, ich glaube... Ich glaube, wir zaubern, weil es so Zeug zaubern ist. Ich bin schon runtergefallen. Oh nein. Oh nein. Du rotz da heftigst mit den Kroketten rum, Alter. Oh, wie geil. So, beam me up, Scotty. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich lebe zwischen allen Beinen. Hörstet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Flagg das Symbol abgenommen. Dafür danken wir Ihnen. Könntet ihr aufhören mit diesem Hall? Ich kriege Aids davon, danke. Der Profit sendet von unterwegs. Das macht es uns leicht, hinzufügen. Ah, Mann. Marine, was geht? Wo müssen wir hin? Ja. Wo tut er das? Ja. Der hier hatte eins. Ja. Ich bin nur ein Mensch. Ach, hör. Alter. Rein hier. Hier ist noch eins. Hier ist ein Schwert. Ich bin tot. Ja. Das läuft ja wie ein Schnürfchen. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Karparus und seine Brutes haben der Flagg das Symbol abgenommen. Dafür danken wir Ihnen. Ausgezeichnet. Der Profit wendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Aber diese hässlichen Fliegen, ne? Ja. Ach, da hinten sind wir die Wandel-Viecher. Da waren sie mal. Okay, ganz cool, guys. Endlich mal ein. Uuuuuhh. Oh nein. Ist er da? Ja. Was ist das? Was ist das? Was ist so entmutigend? Ähm. Nein, 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 nein. Oh, ich hab's nicht mehr hingezogen. Genau. Ich hab's nicht. Oh, schrecklich. Alter, du hast gerade da und eigene Leute verschwitzelt, ne? Ziel neutralisiert. Kein Trigger darf seinen Eid vergessen. Du behültest uns im Glauben, während wir den Pfad bringen. Jerry, Jerry, hör mir zu. Jerry. Ich habe den Propheten bei dir geholfen. Ich wollte deinen Bruder nicht töten, es tut mir schreckt mich leid. In der Nähe gibt es einen Ausgleich. das war noch toby ich weiß nicht war das und keine ahnung so herzhaft gelacht ich habe auch vor die stetsen augen gemacht das macht sie sterben nein jetzt führen die brutes mit meinen ihre treue sie würden sich wundern mit wie viel störe sie sehen die allianz hier auf den länder geht keine sorge ist alles ziemlich hey dude ja da schießen große grüne sachen auf uns scharfschützen wo bist du draus in richtung hier 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 scharfschützen da wo sie her schießen daddy chill was sind das die ekligen tentakel die mucke passt so gar nicht zu dieser scheißsituation